Genau, fahren wir hin. Zur Bodensee, hoffe ich, wird man abkommen irgendwann, mein Schatz. Ja, aber erst nach Duisburg zum Bahnhof und dann nach Köln. Da steigen wir dann aus. Wer kommt hier jetzt schon am Rad? Das ist eine Scheiße. Knapp zehn vor acht und wieder Verkehr wieder. Hochwasser ist schon mal weg. Wir sind knapp eine Stunde unterwegs. Für 13 Kilometer. 13,6. Knapp zehn. Ja. Weiter geht's. Achtens hier. 16,17 Kilometer. Und Wind. Wir sehen uns. Na, so weit ist er nicht mehr. Weißt du, dass schon wieder das Ding verrutscht oder was? Nein. Siehst du die Matsche da? Von dem Scheiß, was auf dem Boden liegt? Nein. Von kurzem ist er. Wir hatten ein paar Probleme mit dem Allega, wo alles verrutscht ist. Was hat die Reifen geschließen? Was ist das denn? Was ist das denn? Uah. Ja, erste Etappe. Jetzt geht's weiter nach Köln, ne? Ja, Mannschweiß. Weil wir keinen Bock uns hintertesten zu lassen, schon auf den Kipplingplatz zu gehen. Was ist das denn in Bad Württemberg, ne? Rheinland-France. Rheinland-France. Genau. Pieps, das ist die Rehmargen. Aber, später. Die Tickets kaufen. Leider müssen wir jetzt noch eine Stunde warten, locker eine Stunde warten. Da erst um 10.23 Uhr ein Zug nach Köln Hauptbahnhof fährt. Durchfährt. Sonst hätten wir zweimal umsteigen. Irgendwas unterspür ich vor der Lohnzeit. Aber in Hänger werden sie vor der Uhr immer umsteigen und was weiß ich nicht. Da warten wir ja noch eine Stunde. Eine Zeit. Kaffee. Kaffee. Scheiß Wackel rein hier. Jetzt geht's weiter. So langsam geht's raus. Der Müllsack. So weiter geht's. Sauber? Ja. Guck mal, ich kenn' ich nix. Ausnahme. Wie ein Zwischenstock. Wie immer, ne? Kennen Sie alle. Ja. Ach. Schu' mal rein bei dir hier vorne. Ich weiß nicht, wo nicht der? Ja, hier müssen wir dann. Besser, ne? Ja, genau. Du, ich hab kurz dabei. Was? Wie denn? Jetzt so, aber komm schon rein, ne? Ich weiß nicht, ob ich das beschrieben mache. Das schaffst du. Wir haben mal so viel Zeit, ne? Ich werd' nicht raus hier. Ich werd' nicht raus aus dem Verkehr hier. Ja. Steht hinter mir und diese Luster. Hier war auch noch vor kurzem alles abgesoffen. Oh. 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 Hey. Michael, wie hat die Sinn oder? Oh. Ja. Das ist ein Dreifoß. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? 29 gerade. 20 losgefallen. Wir sind gerade im Wesseling. 14.37 und 22,74 Kilometer von Kölnweg. 35 Grad haben wir. 29,9. Aber Schuhe. Jetzt haben wir gerade mitgemacht. Das ist die Chemiefabrik der Umfalle. Wesseling. Das sieht komisch aus. Warum? Das ist alles von Matschen. Ne, ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Ja, ich habe eine Feuertasche. Ja, ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Das ist richtig schwül, ne? Kurze Pause. Ja, ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Das ist ein Blumen. Ja, ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Das ist ein Blumen. Ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Ich brauche die Feuchtigkeit nicht. Aber das hört sich so. Mein armer, lieber Schatz, nach fast 85 Kilometern hockt er da mit einer kalten Fanta. Das Zelt ist fast fertig und mein Schatz ist auch fast fertig. Ja, das war schon echt hart. Morgen fahren wir nur konstant oder machen sie erstmal einen schönen Tag. Ne, Schatz? Alles gut? Vielen Dank.